Musik 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 Yo, ciao und herzlich willkommen Willkommen zu einem neuen Video auf LuziTV. Es ist Tag Nummer 3, das heisst Dailylog Nummer 3 ist am Start. Und zwar heute ist Gameday. Das bedeutet, es ist jetzt genau 12 Uhr und am 4 Uhr gehen wir los zum Fokalfinal Bayern gegen Eintracht Frankfurt. So voll, es ist die Hölle los. Und auch überall sind schon Bayern-Fans, auch Frankfurter Fans. Ich kann es gar nicht glauben, wenn später los geht ins Stadion, VIP im Olympiavstadion, Pokalfinal, oh mein Gott in der Eintore. Er sagt E, 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 E. Aber jetzt weiss ich ganz ehrlich, ich weiss nicht wie viele nicht nur neffnisch ab, aber es stimmt mir nicht wieder die Frage, wie viele Einwohner hat die Schweiz? Jetzt weiss es. Ich weiss immer noch nicht, ich habe immer noch nicht nur Neppen, die genauso fies sind. Die, wenn man kann Eurozahlen, darf man auf ihn drauf schiessen, mach ich gerade mal. Woaaah, woaaaah! 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 Also, Bayern darf nachher mit diesem. Hallo! Hallo! Ach, bitte doch! Chittrische! Wie war sie verrückt? Äh, Wutballfeld. Ah, ah! Selbstöffnung, blöd! Ah, noch mal getroffen! Nur einen Fußballgott gibt. Welcher Fußballgott? Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger? Nein, 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 ich weine nicht! Das ist Alex Meier. Und das ist der Alex Meier. Frankfurt. Kenn ich nicht, weißt du? Das heisst, heute Endergebnis? 3-1-1-3. 3-1. 3-1 Mayan? Jawohl. 4-0. 4-0 Frankfurt? Wünscht. Achso. Wir sind jetzt ausgerüstet worden mit dem wunderschönen Ticket. Und das Geilste ist einfach da. Business Lounge. Neckokad. Wir sind ein Ecken. Ja, das ist aber Pevu per Rallye. Yeah, 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 yeah. Das beste Ball für unsere Seelen. Ganz outkut. Ganz outkut. Also wirklich, es ist ein Spektakel. So, schauen wir mal wer dabei ist. Anatol Tam, ein unglaubliches Schauspieler, jeder kennt. Was hast du zum Spiel momentan? Ja, du, mein Herz ist noch am Blüten, weil mein Team, wie ihr alle seht, mein Lieber. Manchester United hat gegen Chelsea verloren im FA Cup Final. Ihr lieben, lieben, tolle Leute von Loris. Ja, wirklich, what a cool dude. Es steht 1-0 für Frankfurt, was natürlich eine Sensation ist gegen das Grosse für Bayern. Und jetzt wollen wir auch so schnell wie möglich wieder zur zweiten Halbzeit. He rocks. He rocks, wie der Schlossfass. Oh mein Gott. Das ist fertig. Du weißt, wir kommen. Und fertig, wir kommen vor Kursiegel. Schauen wir mal das Session zu. Ist gut. Ich bin wieder. Ja, aber ich bin wieder. So. 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 Das sind wir mit dem Dailylog Nummer 3. Ich hoffe euch das Video gefallen. Und ich verabschiede mich hier jetzt aus dem Olympiastadion. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück. Und morgen, morgen geht's zurück in die Heimat, Richtung Zürich. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Soundstück wieder. Bis dann, ciao, ciao!